Wir haben mittlerweile kennengelernt, was Magnetismus ist. Wir haben kennengelernt, dass Strom bewegt. Und wir haben die Grundlagen der elektrischen Motoren mit ihren Arbeitsmaschinen kennengelernt und auch schon mal ein bisschen in die Gleichstrommaschine reingeschaut. Und jetzt wird es ernst. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Thema Wechselstrom. Und da habe ich zunächst mal Fragen, die Sie bitte im Internet recherchieren sollen. Recherchieren Sie doch mal im Internet, was ist überhaupt Wechselstrom? Was versteht man unter Wechselstrom? Was sind die Kennzeichen von Wechselstrom? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage, die mit Strom eigentlich im Moment noch gar nichts wirklich zu tun hat, denken Sie vielleicht, ist, was ist der Unterschied zwischen Sinus und Kosinus? Überlegen Sie es sich mal. Und dann empfehle ich Ihnen mal, in Wikipedia zu schauen und das Thema Zeigerdarstellung mal anzugehen. Und da wird erklärt, was die Zeigerdarstellung beim Strom bedeutet. Und dazu kommt jetzt meine Aufgabe. Das hier soll ein Zeiger sein. Und dieser Zeiger, der rotiert. Der rotiert mit einer Umfangsgeschwindigkeit, mit einer Winkelgeschwindigkeit, zum Beispiel von 90 Grad in der Sekunde. Und jetzt meine Frage. Wie lange dauert es, bis der Zeiger wieder an seinem Anfangspunkt angekommen ist? Also bis er einmal eine ganze Umdrehung gemacht hat. Ich denke, das ist nicht so schwierig für Sie. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg und ein bisschen Spaß.